Xxie in der Neuen Welt, ja, was ist hier los? Keine Ahnung. Unsere Helden sehen sich an. Swinilnisch reibt sich die Backen. Pachara fliegt in einer Ecke rum. Selbst Henwei, der den Raumtunnel ja bereits einmal benutzt hatte, stützt sich mit der Hand an der Wand ab. B-r-r-r-r-r gurgelt Swinilnisch verwirrt als sie bereits am Transporthaken-Tunnel Gamma-i-i hin. Was das war? Fragt er hilflos. Pachara prustet mit ihren Backen und hält sich eine Hand vor die Stirn. Eine aussagekräftige Antwort. Bald schon werden sie von Njals Schwägerin begrüßt werden. Alle waren gespannt auf ihr Aussehen. Liegt sowas in der Familie? Wosch! Die Kapsel öffnet sich. Sofort dringen jaulende Geräusche in das Innere. Alle sehen sich verschreckt um. Ist irgendwas defekt? Nein, alles okay. Vor der Kabine schauen sie in das fröhliche Gesicht einer lustigen Zigeunerin mit pechschwarzen Haaren. Wenn sie nur mit dem Gejohle aufhören könnte. Dragoste, Telefono. Krächt sie in den grünsten Tönen. Dazwischen schüttelte sie den drei Kindern die Hände und deutet ihnen an mitzukommen. Mit den armen Wedeln tanzt sie voran. Andraline so muss ursprünglich auch vom Rad rüben kommen und einem alten Magenstamm entspringen. Sie ist sozusagen das Gegenteil eines Parkinges. Wahrscheinlich ist sie mit ihrem Mann ausgewandert. Fast unmöglich für Normalbürger, aber in der direkten Verwandtschaft eines Njaline so denkbar. Sie ist zierlich dünn, hat aber einen kugelrunden Bauch. Später wird klar warum, zuerst mal zurück zu Swinilnisch und seinem gewichtigen Anliegen. Ausgekreischt hören sie sofort. Schlussweg, Stille muss her. Schnappt er in ihre Richtung. Andraline so stoppt daraufhin tatsächlich ihren lieblichen Gesamt. Nach dem Puh meint der junge Oba. Schrecklich, fürchterlich, das ist schlimm wirklich. Wenn du schon, das hier singen du magst an. Er drückt seinen Kommen. Galaktik lief los. Njalts Schwägerin hört exakt fünf Sekunden zu, zieht dann verächtlich die Stirn in Falten und trällert daraufhin doppelt so laut ihre Zigeunerliebeslieder weiter. Swinus' Kommen wurde einfach übertönt. Es ist ehrlich grauenvoll. Mit zugehaltenen Ohren folgen ihr die Kinder. Oh ja, wenn sich selbst Swinilnisch der Oba die Ohren zuhält, dann ist dies ein Indikator für absolute Grässlichkeit. Zum Glück war ihr Büro bald erreicht. Es war eines von mehreren Telematikzimmern. Aber sie waren alle verschlossen, wegen der Schichtarbeit. Ihr Reich ist das exakte Gegenteil dessen ihres Schwagers drüben im Rassistem. Es sieht hier neben der Überwachungstechnik aus wie in einer Hexenküche. 100 Jahre alt. Es ist mehr eine Kompüse als ein Arbeitsplatz. Überall Zwiebeln, frisches Gemüse und Salat. Sehr ballaststoffreiche Ernährung. Daher also der Kugelbauch. Wenigstens verstunde sie hier drin. Gespannt sieht sie die drei Neuankönlinge an und spricht. So liebe Kinder, jetzt bekommt ihr erstmal eine kräftige Suppe. Hunger hatten sie zwar alle, aber was war das für ein Trank? Eier, Zwiebel, Tomaten, Paprika, Kartoffeln, Knoblauch und so weiter alles zusammen gekocht. Schon kurz darauf spurten Hengai und Swinilnisch ums Eck. Patjara hat keine Probleme, im Gegenteil sie findet es ziemlich lasch. Nun ja, wer die echten fernöstlichen Spezialitäten kennt was ist da schon eine kleine Zigeunersuppe dagegen? Quietschwert nübt Trelatantra in der Omaküche ihre Lieblingsweisen. Es handelte sich dabei ausschließlich um Liebeslieder. Da die Kinder den Wunsch hatten so bald als möglich runter nach Sünterre zu gelangen beginnt Patjara diplomatisch ein Gespräch. Liebe Frau Lina Lesu, bestimmt müssen sie sich doch auch mal um den Tunnelbetrieb kümmern? Da gibt's doch viel zu tun, oder? Andra Lina Lesu unterbricht ihrer Putzaktion und antwortet nur. Ach so, das? Nein, Njalle schickt mir Makros rüber. Die laufen einwandfrei. Mit einem Klick sind die auf den Bots übertragen. Patjara sieht sie erstaunt an. Selbst meine Kollegen schneien ab und zu kurz vor Schichtwechsel rein und wollen ein paar Tipps von mir. Komisch meine Zwiebelsuppe mögen sie weniger. Ja, stimmt schon, ich hab eigentlich keine Ahnung von Telematik. Man könnte auch sagen ich hab keine Ahnung von Informatung. Die Kinder machen ein Herr. Gesicht. Andra Lina Lesu scheint jedoch ihr Witz zu gefallen. Bestens gelaunt fährt sie fort. Da, ich zeig's euch mal. Wartungsteam B13C muss die Induktion an Junktion 762 Alpha kontrollieren. Sie beblindzelt ihren Komm exakt einmal. Njalls Makro läuft los, es sind heptische Aktionen uns grähen zu erkennen. So, erledigt, Lala singt Andra und macht sich daran weiter aufzuräumen. Die junge Diplomaten-Tochter fragt nach. Bei Dienstende, was geschieht dann mit uns? Bringen sie uns runter nach Lypouro? Wir müssen genau dahin. Sie reicht Abteilung Zigeunertelematik ihren Komm worauf die Küchentechnikerin erwidert. Oh la la, ho ho, Nobelhobel. Regenten alle eins. Hu elegant. Sie schmeißt sich die schwarzen Haare nach hinten. Ja, ich bring euch dann gleich runter. Mein Rockta pendelt aber normalerweise nur zwischen hier und daheim. Zu kompliziert diese verflixte Programmierung. Rüber ins Regierungsviertel sind's grad mal drei Kilometer, die müsstet ihr dann hüpfen. Eine Aussage, die jemand Bestimmtes auf den Plan rief. Springen sollen wir hoppeln? Fragt Zwinelnisch ungläubig. Wie das angehen soll bloß alles möglich sein? Andra schmunzelt in seine Richtung. Mein Mann hat ein Sportwarengeschäft. Der leiht euch ein paar Jujumpa. Aber seht so, dass ihr diese wieder zurückschickt. Sie sieht rüber zu Henrei. Dieser lacht und sagt freudig geht klar. Der junge Prinz sieht seine Freunde an. Diese haben keine Ahnung um was es sich bei diesem Schuhwerk handelt. Hilflos sehen sie in seine Richtung. Augenscheinlich sind die Springstiefel nur auf dem Parkprime der letzte Schrei. Alle drei sind nun in Aufbruchsstimmung. Andra rührt derweil eine neue Giftmischung an. Es war irgendeine komisch aussehende Gemüsepastier für ihr Frühstück morgen. Dann blinzelt sie noch schnell ein paar von Jals Multimakros an, woraufhin ihres Grähen ruckzuck lebendig wird. Mit wenigen Klicks hat sie seine Wartungsroutine aktiviert. Diese ist so intelligent verschachtet, dass sogar Andras hochqualifizierte Kollegen nur mit den Ohren schlackern können. Ja, bei ihnen war Andra aus mehreren Gründen geschätzt. Sie ist keine Konkurrenz, hält sich aus allem raus und wenn man ihre Suppe lockt bekommt man sogar Zugriff auf Jals Hacks. Heute bricht sie ungewöhnlich früh die Zelte ab, 20 Minuten vor Schichtwechsel. Dies ist nötig, da die liegen Kollegen bis zu einer Viertelstunde früher an Tanzen nur um die neueste Linie so Technologie zu erwerben. Die ist so gut, dass sie sogar ab und zu eine Zigeunersuppe löffeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017